Ich bin Florian Klein-Hansen, ich bin 14 Jahre alt, meine Position ist links vorne, meine bisherigen Vereine sind auch in Stuttgart und FNL Nürtingen. Meine persönlichen Ziele sind eine gute Saison zu spielen und sieben Tore zu schießen oder mehr. Ziele mit der Mannschaft, ja, oben mitzuspielen und wenn es geht, der Ausstieg.